Ja, Marc Bellinghaus aus Münster. Hier sehen wir ein Foto der Beisetzung von Schauspielerin Barbara Ruttnick in München am 29.05.2009. Das war nur ein wenig vor der Beisetzung von ihrem Freund Bernd Eichinger. Die beiden waren natürlich nie liiert. Das war alles für Publicity, weil das war die große Masche von Herrn Eichinger. Immer mit seiner, die Frau seines Lebens, genau. Und alle Zeitungen, so wie die süddeutsche Corinna Haafuch, ja genau, ich bin einverstanden, liebte sehr viele starke Frauen und keine von ihnen war für ihn nur ein Abenteuer. Nee, die hier, Barbara Ruttnick, das ist Bullshit. Verstehst du, diese Frau hier, letzte Zuneigung. Er war mit, liiert war er nur mit Leuten wie Til Schweiger, Hannes Jenicke und anderen Kerlen, die ich euch nennen könnte. Aber ich will mir nicht zu viele Klagen hier einfangen. Ich bin Missbrauchsopfer von diesem Kerl gewesen. Es ist jetzt fast elf, zwölf, dreizehn, vierzehn Jahre nach seiner Beerdigung und es ist Zeit, die Wahrheit, die Wahrheit auf den Tisch zu legen. Ich habe mich vor Jahren schon bei seiner Tochter gemeldet, ja, und nichts gehört. Ich habe mich bei seiner Scheinehefrau, hier ist Tochter Nina, bei der habe ich mich gemeldet, Frau Nina Eichinger. Ja, ich finde es ganz schön verwerflich, dass sie nicht mal gesagt haben, lassen sie mich in Ruhe oder keine Ahnung oder sie sind verrückt oder einfach nur ignoriert. Und das geht nicht, denn dieser Mann hat mich missbraucht, als ich mich als junger, bildschöner Schauspieler für den Namen der Rose vorgestellt habe. Und während der Dreharbeiten ging das weiter, bis ich meinem damaligen Freund Walter Koller Bescheid gesagt habe und der wollte Ihrem Vater in die Fresse hauen. Ich konnte ihn im letzten Moment noch davon abhalten. Und glauben Sie wirklich, dass Herr Eichinger auf sowas hier stand? Glauben Sie das? Sie sind, Sie sind, machen Sie sich selbst das Bild, ja. Ich habe auch Frau, hier, diese Frau, habe ich auch, Katja Hoffmann, Nee, das ist, diese Frau habe ich auch angeschrieben und sie hat sich genauso ignoriert. Corinna, alle haben das mitgespielt, auch Frau. Es ist, es ist wirklich traurig, dass wir in diesem, in diesem, in diesem Zeitalter sowas noch nötig haben, dass der Kerl wirklich Fassbinder nachgemacht hat. Er war der Produzent des ersten deutschen Schwulenfilms, die Konsequenz, mit Petersen. Wolfgang Petersen hat genau das getan, was Eichinger vorgelebt hat. Es ist Bullshit. Hier, Hannelore Elsner. Sie hat mit, als ich damals in München gespielt habe, hat sie an diesen Filmbällen Champagner mit Eichinger aus ihrem Schuh getrunken. Hier, die ganzen Trauergäste, ihr müsst euch mal im Klaren sein. Dieser Bernd-Eichinger-Platz in München muss weg. Es muss endlich der Anne-Frank-Platz hin. Stellt euch vor, auch hier, ja, genau, den kennen wir ja noch von dem Casting mit Dieter Wedel. So klein ist diese Welt. Da war ich auf einem Casting mit Dieter Wedel und da war ein noch unbekannter Sönke Wortmann. Und was hat er gemacht? Genau. Der schnellste Weg mit Eichinger nach oben. Sie wissen ganz genau, was ich meine, Herr Wortmann. Ich habe auch Sie angeschrieben über Konstantin Film. Nichts zurückbekommen. Ich habe die Schnauze voll. Diese ganzen Trauergäste, viele hier, wie Fuchsberger, die sind alle schon selbst tot. Ich lasse mich hier nicht verarschen. Und hier, Frau Iris Berben. Frau Iris Berben, was sagen Sie denn dazu, dass Ihr Stiefsohn sozusagen, Herr Jill Ofraim, mit dem David-Stern, diese Scheiße, die der sich da ausgedacht hat, Das ist auch für Sie als Aktivistin gegen Antisemitismus, ist das auch peinlich. Aber Sie haben ja einen sehr, sehr einflussreichen, machtvollen Sohn mit Oliver Berben, der jetzt Konstantin führt. Konstantin Film, die Filmfirma, bei der ich missbraucht wurde, im Haus sogar. Das ist ein bodenloser, unfassbarer Skandal. Und hier stehen sie alle und keiner will die Wahrheit sagen. Das ist wirklich wie ein Kaisersneue Kleider. Aber Eichinger war doch schwul. Was soll die ganze Kacke? Ja, in diesem Jahrhundert, in dieser Zeitalter kann man das sagen. Und ich als Missbrauchsopfer von diesem Kerl. Hier ist auch nochmal der Kerl, der Geissendörfer mit Scheel. Es ist unfassbar. Ich hab was noch an. Vielen Dank.